Kann das sein, dass ich zu viel von dem Zeug habe und der das alles nicht annimmt? Kann ich aber später noch machen, denn ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen komplizierter machen, indem ich einen Teil der Fälle irgendwie weglege oder in Truhen verbarrikadiere, damit ich auf eine richtige Anzahl komme, damit dieser Verkauf stattfinden kann. Ist das so richtig? Tschüss Gunnar. Also das kann ich ja immer noch nachholen. Da kommt er wieder. Hallo Gunnar, grüß dich. Kann ich ja später noch mal wiederholen. So Gunnar, ja und tschüss Gunnar. Musik 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 Musik